Mit dem Präventionsprogramm FIT2WORK werden erstmals Informations- und Beratungsleistungen über Dienstleistungsangebote von Arbeitsmarktservice, Sozialversicherung, Bundessozialamt und Arbeitsinspektion in allen Fragen von Arbeit und Gesundheit gebündelt. Das heißt jeder, der Probleme hat, gesundheitliche Probleme und dadurch Probleme in der Arbeit hat oder keinen Arbeitsplatz findet, ist bei uns gut aufgehoben und wird von uns betreut und wird versuchen die Situation zu verbessern. Denn gesundheitliche Probleme betreffen heutzutage nicht nur den Körper, nein auch die Seele. Häufig Reaktionen auf Lebens- und Arbeitsbedingungen. Psychische Erkrankungen wie etwa Burnout stellen inzwischen eine der häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit, Krankenstände und Frühpensionierungen dar. Wir haben ja auch einen Wandel in der Invalidität. Wir haben sehr viele psychosomatische Krankheiten, nicht mehr mit klassischem Bewegungs- und Stützapparat. Und psychosomatische Krankheiten kann man, wenn man sie sehr frühzeitig erkennt, auch wirklich gut therapieren und gut heilen. Im internationalen Vergleich schneidet man vor allem bei der Generation 50 plus nicht sonderlich gut ab. Die Berufsunfähigkeitsrate ist eindeutig zu hoch. Unser Problem ist ab 51, da schlagen wir alle internationalen Vergleiche und das kann man so nicht stehen lassen. Da muss man hinschauen und muss schauen, was kann man tun, wie kann man es tun und das ist ein Teil davon. Bis 2012 sollen mit Kapfenberg und Gleisdorf noch zwei weitere Standorte in der Steiermark folgen und bis 2013 wird Fit2Work stufenweise in ganz Österreich angeboten. Wir beginnen noch dieses Jahr mit Niederösterreich und Wien, machen dann nächstes Jahr weiter mit Oberösterreich und Salzburg und 2013 wird es dann auf ganz Österreich ausgerollt und das Projekt bleibt in Wahrheit für die Zukunft bestehen. In der Steiermark kann man sich schon jetzt über erste kleine Erfolge freuen. Wir haben bis jetzt schon 17 Fälle und dafür, dass wir erst gestartet haben, ist das doch schon ein kleiner Erfolg, aber wir hoffen natürlich, dass es, wenn es bekannter wird, noch viel besser angenommen wird. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.fit2work.at. Ihre Chance ist nur einen Klick entfernt.